Achtung, die letzte paar, was sind das, Milliliter, zack, bam, und da haben wir ein schöner Doppio. Doppio, Doppio, Egal, das ist der Feelgood Podcast am, was haben wir heute, ich habe noch gar kein Datum gesehen, muss man Datum sehen, um zu wissen, was für ein Tag ist. Was jetzt, ich glaube, ich weiss es, 15., kann das sein? Freitag, 15. November 2024. Ich glaube, gestern war der 14., also, wenn gestern 14. war, ist logisch, dass es heute der 15., wenn nicht, einfach der Freitag heute. Der Freitag dort irgendeine, irgendeine, irgendeine Mitte November. Und ich habe mir gerade einen Kaffee rausgelassen und ich bin sehr happy. Ich bin sehr im Feelgood-Modus, so ganz grundsätzlich, weil ich habe so ein bisschen frei. Also klar, jetzt nehme ich gerade den Podcast auf, aber ich bin sehr entspannt, während ich das mache. Weil, jetzt habe ich viel gespielt, richtig viel gespielt, jede Woche so mindestens drei, eher mindestens vier. Darunter auch viel Solo, aber ein paar wunderschöne Shows dabei gehabt. Und jetzt, diese Woche, ist eigentlich sehr entspannt, ich sehe nur zwei Open-Mics, und es eintet von gestern. Und somit heute jetzt wirklich so ein bisschen frei. Ich habe auch viel gearbeitet sonst, ich habe alle meine Mails durch. Ich glaube, eine Rechnung muss ich noch stellen. Aber mit dem lasse ich mir auch ab und zu noch ein bisschen Zeit. Jetzt finde ich ja schön, dass man so, man weiss, es ist noch nicht mehr Geld. Ah, so, ich nehme mal einen Schluck. Und es ist natürlich eine Solo-Folge, wie ihr schon merkt. Da wird jetzt niemand noch rein schneien und was weiss ich erzählen. Sondern es bin wieder mal nur ich und die paar Leute, die ich sehr schätze, die das immer hören. Ab und zu treffe ich ja sogar die eine oder andere Show, wo ich weiss, dass es die Person ist. Und darum vielen Dank, falls ihr jetzt auch eine Solo-Folge wieder mal gebt. Kleine Warnung, nächste Woche gibt es gerade nochmal eine. Wir haben den November ein bisschen angepasst, terminlich. Nicht einmal Gäste, sondern einfach auf Produktionsseite. Kriegen wir es nicht ahnen, das sollte ich und ich, dass wir da irgendwelche Tage finden und Slots, wo wir können. Aber dafür ist für dennoch schon wieder sehr viel geplant. Sehr tolle Gäste, die ich schon weiss, die schon zugesagt haben. Also das wird super. Und darum nutze ich doch jetzt diese Folge, um nochmal ein Feelgut loszuwerden. Ich habe mir eins aufgeschrieben und ihr werdet jetzt denken, es ist wieder Musik. Aber es ist in einem breiteren Spektrum. Kann man das so sagen? Mal schauen. Wir werden es herausfinden. Und zwar ist mein Feelgut ziemlich spezifisch dieses Mal. Und zwar ist es eine Platte. Eine spezifische Schallplatte. Ich nehme sie jetzt extra raus für mich, damit ich noch ein bisschen mehr Feeling habe. Sie hat ein unglaublich schlimmes Design. Können Sie gerne mal googlen. Weil googlen passt schon zum Namen. Es ist nämlich The Goo Goo Dolls Live in Buffalo. July 4, 2004. Wieso ist die Platte für mich Feelgut? Jetzt muss ich sie ein bisschen ausholen. Für die Geschichte. Und zwar muss man natürlich schon mal die Band einigermassen okay finden. Goo Goo Dolls. Und das ist bei mir eigentlich der Fall gewesen. Ich habe die immer okay gefunden. Goo Goo Dolls, da habe ich so gewusst, die gibt es. So eine 90s Poprock Band und so. Und Iris ist ja ihr Überhit. Und das habe ich auch immer einen sehr, sehr guten Song gefunden. Hat aber nicht wirklich aktiv gelöst. Ich glaube. Und dann bin ich im 2019 bin ich in Nashville und schaue, was so läuft und sehe, dass am einen Tag, erst noch draussen, so eine riesen Outside Area, wie so eine Open Air Bühne mit einem riesen Park. Das spielen drei Bands, unter anderem Goo Goo Dolls und eigentlich bin ich für die anderen Bands gegangen. Ich bin jetzt ehrlich, aber ich muss auch sagen, die erwähne ich jetzt nicht. Weil die habe ich so als Teenie gelöst und habe gedacht, das gebe ich mir für mein Teenager ein. Ich muss ich mir so einmal ein Live-Konzert von denen geben. Es war immer mein Traum, dass ich die mal live sehe. Also wirklich gerade gefunden, das ist jemand, den ich definitiv auf der Liste habe. Und die sind auch als letztes Auftreten. Und zuerst war, ich glaube, Alan Stone heisst er, der Magianer. Dann so Middle-Act, Feature-Act sozusagen, Goo Goo Dolls und dann die andere Band. Und dort habe ich schon in dem Moment, wo die andere Band gespielt hat, entschieden, ich habe die Goo Goo Dolls besser gefunden. Einerseits vielleicht musikalisch ein bisschen, aber vor allem auch, weil die Goo Goo Dolls, ich liebe es den Namen zu sagen, das sind hauptsächlich zwei Dudes. Vielleicht sind es auch drei, aber zwei sind halt so die Gesichter. Und zwar ist es so, früher habe ich recht ein Schönling gesehen, jetzt hat er sich, oh mein Gott, jetzt hat er sich jenseitig kaputt operiert. Und jetzt sieht er aus, ich sage lieber nicht, wenn er aussieht, aber er sieht auf jeden Fall aus. Und der andere, der ist so ein Punk-Rocker. Und das haben sie dann irgendwann erzählt auf der Bühne, das ist irgendwie so der eine, die kommt so ein bisschen vom Popi, Schnulzi-Zeugs und der andere ist so der klassische Punk-Rocker, oder Punk sogar, ursprünglicher Punk. Und irgendwie haben sie dann so ein bisschen die Musik zusammengefunden. Und das finde ich eigentlich immer noch schön bei Bands, wenn du halt so die verschiedenen Stilrichtungen zusammenkriegst. Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder eine Zeit lang recht viel The Smiths, Smiths, gelöst. Weil bei den Smiths ist ja, Morrissey ist so ein Fan von alten Chansons und Johnny Marr ist eigentlich auch nicht gerade Punk, aber sehr, sehr rockig. Und so ist dann ihr Indie-Rock entstanden, weil halt so ein bisschen die Chansons-Melodie von Morrissey mit dem Rock von Johnny Marr. Anyway, und was ich einfach bei diesem Konzert so schön gefunden habe, ist, wie unglaubliche Freude die hatten zu spielen. Ja, das war eine Show mit so etwa zweieinhalbtausend Leuten. Und Amis, die kenne ich ja nicht, das ist so geil, da hast du einfach irgendwie, ich weiss auch nicht mehr was. Ich glaube, ich habe mir immer so viele Sturz gezahlt, ich glaube, was sind das gewesen, vielleicht 35 Dollar oder so, für ein Lawn-Ticket. Und Lawn-Ticket heisst einfach, du kannst auf eine Rasen, that's it. Und ich bin natürlich absolut ein Noob gesehen, vor mir, so Profis mit ihren aufklappbaren Stielen und Coolors und was weiss ich dabei. Und ich bin einfach so auf der Rasen gesessen und wo die Show losgegangen ist, stehen ja alle auf, also fast alle, die können aufstehen. Amerika. Und dann haben die Regissefreude gehabt, die haben wirklich gesagt, wow, dass wir irgendwie schon seit 30 Jahren immer wieder spielen und dass wir mit anderen zusammen dürfen spielen und so und man hätte es denen wirklich geglaubt. Und die Band, die ich nicht erwähnte, die nachher gespielt hat, dort ist der Sänger so ein Arschloch gesehen, dass er auch während dem Konzert so die ganze Zeit so durchblicken lassen hat, dass es Kacke findet, dass sie nicht noch mehr Leute haben und dass sie irgendwie da noch mit anderen Leuten auf dem Line-Up sind und so, weil allein würde es ja wahrscheinlich nicht mehr lachen. Das ist immer so, in diesen kurzen Speeches zwischen Songs ist das immer so ein bisschen rausgekommen. Und dann habe ich eben entschieden, ich finde Google das recht nice, weil das ist ja auch so ein bisschen das, dass man, wenn man selber auf der Bühne ist, sich auch immer wieder mal muss sagen und auch muss merken, dass das Wichtigste ja am Ganzen, das habe ich ganz kurz im Port mit dem Franken-Wand, das Wichtigste am Ganzen ist ja dann effektiv, was man auf der Bühne macht. Und alles, was irgendwie mit sich kommt, was zum Teil auch nicht nur angenehm ist, wenn es ein Business wird und nicht mehr halt einfach nur als so ein Hobby, wo man Freude daran hat, dass man das machen kann. Die Show ist das Wichtigste und die Leute, die kommen, die sind sicher nicht verantwortlich für alles andere. Das heisst, das Letzte, was man machen sollte, ist denen irgendwie kein gutes Gefühl geben, um jetzt bei viel gut zu bleiben. Sondern das Wichtigste ist ja, dass die Spass haben, weil die haben sich entschieden zu kommen. Und das hat mich immer schon fasziniert, wie auch eine Band, die in Basel so ein bisschen Traktion gekriegt hat damals. Und meine besten Freunde und ich waren recht fern von denen. Und dann sind wir an die schauen. Und dann hat sich der Sanger auch super gepisst gesehen, dass es nicht so viele Leute hat. Und ich habe dazu gedacht, aber wir sind ja da. Wieso fickst du jetzt uns an? Nie gecheckt. Und die Google Dolls sind ein gutes Beispiel dafür. So, ein bisschen ausgeholt. Jetzt, das war vor fünf Jahren, 2019 in Asheville. Ich habe nie wirklich aktiv Google Dolls gelöst, wie gesagt. Und dann kommt YouTube, wie immer. YouTube kommt bei mir immer. Irgendwann kommt YouTube und sagt so, hey, wieso schaust du jetzt nicht das? Und ich frage mich, okay, wieso fragst du mich jetzt gerade, dass ich das will schauen? Aber in diesem Fall. Und ich bin irgendwie an mir oben, bin ich irgendwie so, ich habe oft YouTube so im Hintergrund, um irgendwie etwas laufen zu lassen, während ich noch etwas Mühsames oder nicht so Mühsames erledige. Und dort kommt YouTube und sagt, hey, Google Dolls haben von Iris eine Live-Version aus dem 2004. Und es hat irgendwie 79, 80 Millionen Views. Also recht viel. Und der Sanger, der John Rzesnik. Was für ein Name. Einfach eine Konsonanz viel. Also wirklich, da musst du doch irgendwie sagen können, bitte streichet ein Z. John Rzesnik. Okay. Der ist dort noch nicht kaputt operiert, sondern dort sieht er noch aus, wie er einfach ausgesehen hat zu dieser Zeit. Ohne irgendwie 100 Sachen im Gesicht. Das sehe ich auf dem Thumbnail, sehe ich das durchnässt, komplett durchnässt. Und ich so, ah, okay, das ist dann auch so eine Aussenshow. Und dann stellt sich heraus, ich klicke natürlich drauf, Iris eben überlegt, ich finde es richtig, richtig geil. Und natürlich, wie so oft, kommt der Flenn-Mutzi. Und ich muss flennen. Und zwar einfach, weil das Lied ist einerseits schön, aber andererseits, das Video ist so etwas Episches. Weil es pisst in Strömen. Und es gibt halt einfach so eine Magie, bei so einem Aussenkonzert, wenn es regnet. Es gibt ganz viele verschiedene Beispiele, aber dort ist es sehr, sehr ersichtlich, wie es wirklich in Strömen pisst. Und es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, eine grosse Live-Show zu spielen. Aber es hat irgendwie, ich weiss nicht wie viele, 10'000 Leute. Und die sind alle im Strömen der Rage und der Dude ist im Strömen der Rage und der singt, das epische Lied. Und dann habe ich gemerkt, ah, das ist eine ganze Live-Show von ihnen am 4th of July in Buffalo, wo sie hier sind. Also absolut Madness. Independence Day, denen ihren Feiertag, sie spielen eine Heimshow von eben zigtausend Leuten. Und dann bin ich natürlich ein bisschen nachlesen und die Geschichte ist, dass das Konzert schon verspätet hat müssen, weil es den ganzen Tag gepisst hat. Dann ist es trocken, dann spielen sie, vielleicht drei Viertel vom Konzert und dann beginnt es wieder an. Wie, aber wie Sau. Und es shift und shift und shift, sie müssen von der Bühne, sie müssen irgendwie kurze Pausen machen und dann entscheiden sie sich, wir spielen jetzt einfach noch fertig. Irgendwie zwei Songs sind gestrichen für die Setliste, aber den Rest ziehen wir durch. Und das spürt man schon nur in diesem kurzen Video. Es gibt natürlich dann andere Clips von anderen Songs. Und ich gemerkt, okay, das gibt es als Platte, ich bestelle das jetzt sofort. Ich habe das bestellt, ein paar Tage später kommt die Platte und ich habe es ja eigentlich wegen dem Iris, wegen dem epischen Iris Song. Aber das bringt ja nichts, wenn man eine Platte hat. Eine Platte hört man von A bis Z. Und warum ist die Platte für mich viel gut? Weil ich lege sie auf. Mir gefällt nicht jedes Lied als 10 vor 10 und ich würde es immer hören. Aber einmal mehr, es ist so ein Gesamterlebnis. Und mit der ganzen Geschichte, mit dem Wissen, dass es denen Ehrefeiertung ist, dass es verspätet angefangen hat, weil die eh schon im Schiff haben müssen warten. Ich meine, das ist ja der Punkt. Ein shift, die Show kann ich da anfangen, aber die Leute sind ja trotzdem schon dort bei dieser Aussenshow im Freien und sind einfach schon durchgedrängt. Und man macht die ganze Reise mit, mit dieser Platte. Und für mich geht es nicht nur um die Musik, sondern es ist eigentlich etwas viel Grösseres. Weil ich habe dann kurz überlegt, ich habe dann so gedacht, okay, warte jetzt, 2004. 2004, was ist dort los gewesen? In den USA, zum Beispiel in Buffalo. In Buffalo spezifisch weiß ich jetzt nicht, aber auf und zu Menschen grundsätzlich. 2004 ist der George W. Bush US-Präsident gewesen. Es ist ein insane Krieg gewesen, von den USA gezettelt, für nichts ausser Öl. Wo wir zum Beispiel in der Schule einen Morgen freigekriegt hatten, um zu protestieren. Und da habe ich so irgendwie überlegt, das Video, die Platte, wenn ich dann die Platte losse und wie dort die Stimmung ist. Und es ist wahrscheinlich nicht der beste Moment, um in den USA zu leben. So ganz grundsätzlich. Wahrscheinlich haben Menschen viele Probleme. Vielleicht persönliche, vielleicht auch einfach so ideologische und so weiter. Und dann da oben sind sie einfach für zwei Stunden, sind sie nahe mehr. Und sie haben, und zwar wirklich, die Zeit von ihrem Leben. Sie haben einen fucking Blast. Und das hat für mich eben so die grössere Bedeutung von, warum ich Live-Events so liebe. Zum besuchen und zum auch selber machen. Und mir das auch immer wieder bewusst werden. Und in einem grösseren, wie will ich sagen, in einem grösseren Bild ist es sicher auch wichtig, sich vor Augen zu führen, dass viel Scheiss auf der Welt ist, man aber zum Glück in einer wahnsinnigen Position ist, ich als Typ, der auf der Bühne kann sein, aber auch Menschen, die etwas schauen können, dass man in einer wahnsinnigen Position ist, trotzdem ab und zu einfach ein bisschen das Zeug zu vergessen. Das ist ein Glück, das wir haben. Das ist ein Privileg, das man als viel zu selbstverständlich angesehen hat. Nämlich, man hat die Chance zu sagen, die damals, die hatten noch nicht mal Smartphones gehabt. 2014 hatte ich noch nicht mal Smartphones gehabt. Das siehst du auch in diesem Video. Das sind einfach alles Menschen, die auf der Bühne schauen. Und das ist in der Comedy zum Glück immer noch sehr, sehr selten. Ja, ich sehe ab und zu, sehe ich irgendwie so ein Dreilinsen-iPhone oder ein 17-Linsen-Samsung, sehe ich auf einmal so aufblitzen. Und ich sage denen meistens etwas. Ich bin so ein bisschen allergisch drauf, weil ich eben so denke, das ist der letzte Ort, wo man es noch nicht hat. Also lassen wir es doch schnell für diese Stunde, zwei. Und es gibt immer noch genug Möglichkeiten, Fotos zu machen. Und bei mir ist es auch noch ein bisschen so, weil Videos, ich immer so denke, ich bin da etwas am Spielen, oft bin ich ja noch am Improvisieren. Das muss jetzt nicht unbedingt irgendeinem festgehalten sein. Nicht, weil ich Angst habe wegen Materials, sondern mehr einfach, weil ich will das ja für mich irgendwie weiterentwickeln. Und das sind dann zum Teil schwierige Momentaufnahmen für mich, wo ich so denke, ah, aber in zwei Wochen war es ja schon wieder anders. Und man hätte jetzt halt das. Und das sollte so einzigartig sein wie der Moment. Und das müsste man nicht unbedingt festhalten. Egal, das ist nicht das Thema. Sondern, eben, die haben dort das noch nicht mal gehabt. Die schauen auf alle, die schauen auf alle da vorne. So, und irgendwie ist das jetzt, 20 Jahre später, einfach schon ein wahnsinniger Zeitstempel. Einfach so eine wahnsinnige Momentaufnahme von dieser Zeit. Und das gibt mir ein wahnsinniges Gefühl, wenn ich die Platte noch lege und einfach den ersten Song losse, geht es schon los. Und es ist dann halt einfach mit der Zeit noch die epische Reise, was macht, irgendwann hörst du, hörst du auf der Platte, wie es wieder anfängt zu pissen. Und sie fragen die Leute, wow, geht es euch noch gut und so. Und am Schluss dann halt einfach wie in einem kitschigen Hollywood-Film. Der Iris, wo ja auch für einen kitschigen Hollywood-Film geschrieben worden ist. Macht auch noch Sinn. Irgendwie der John Rzesnig hat, wie heisst der, City of Angels, hat er so eine Privatvorführung gesehen vom Regisseur, bevor er rausgekommen ist. Und er ist high und hat gefunden, ah, ich schreibe jetzt ein Lied für das. Und das ist auch in den 90ern epischen Soundtrack gewesen. Was hat alles für Bands dabei gewesen sein für die Zeit? Crazy. Somit ist das eben, im grösseren Teil ist das Feelgood bezüglich Live-Events, was für spezielle Momente Live-Events können generieren, unvergesslich im Moment. Und wie das ein grosses, grosses Glück ist, dass man so etwas überhaupt kann haben. Und, dass man sich dann immer wieder vor Augen führt, die Welt ist manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger und manchmal ein bisschen natter zu einem. Aber man darf nie vergessen, dass das nicht das erste Mal ist und dass es immer irgendwie bis jetzt gegangen ist. Und dass man sich dann vielleicht nicht ganz so viel Sorgen sollte machen. weil Sorgen bringen nicht viel. Und ich habe das Gefühl, die dort eben, haben vielleicht auch nicht gerade die beste Zeit gehabt, so im Weltgeschehen. Und sie haben trotzdem die beste Zeit gehabt an diesem Abend. Somit ist das mein grosser Feelgood heute. und ich habe noch, warte mal, es ist schon langsam kalter Kaffee, weil ich wieder mal gelabert habe, wie blöd, der Labermurzin. Wo habe ich mein Laptop? Da. Ich habe gesehen, ich habe noch Mails gekriegt. Wer hat das gedacht? Wenn man behauptet, dass man den Account löscht, dennoch hat keine Mails. Ich weiss aber noch nicht genau, was, Friggi. Die schaue ich jetzt mal an. Und falls Fragen dabei sind, beantworte ich die natürlich. Drei Stück. Obwohl das sieht nach Spam aus. Nein, nicht einmal. Nicht einmal. Okay. Mail-Account ist betreffend. Darum habe ich schon gedacht, das ist Spam. Achtung. Sali Joel. Nein, diesen Mail-Account darfst du nicht irgendwann schliessen. Der gibt gutes Material. Musst du es eben laut rauslachen, als du die Zahl 5 der eingegangenen Mails erwähnt hast. Grossartig. Weiter so. Und ich höre jetzt den Podcast weiter. Grüßli Martin. Das ist sehr lieb, Martin. Vielen, vielen Dank. Du hast sogar den Podcast unterbrochen Boomer. Boomerige Feststellungen. Wahrscheinlich ist... Wahrscheinlich sind die 20 Minuten, wo ich jetzt über Kugutolz erzählt habe. Und wie ein Konzert im 2000... Wahrscheinlich gibt es nichts Boomerigers als all das, wo ich jetzt gerade glaube. Der Boomer-Mutzi, du. Also, lieber Joel, ich habe gedacht, ich schreibe wieder mal, dass es mehr als 5 Mails in diesem Jahr sind. So gibt es noch vor Jahresende eine gerade Anzahl von Mails, die du auf diese Mail-Adresse bekommen hast. Das stimmt, weil es sind ja nochmal zwei vitri dazu gekommen. Ich habe eine These, weshalb in diesem Jahr nicht so viele Mails bei dir eingegangen sind. Hey, es ist auch wirklich nicht schlimm. Aber ich bin gespannt. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Nach Corona, März 2022, ist alles wieder langsam erblüht, was mit Unterhaltung zu tun hat. Ich kann nicht lachen. Was mit Unterhaltung zu tun hat. In dem Jahr hast du bestimmt noch viel mehr Mails erhalten, weil das Bedürfnis da war, euch zu danken über dem schriftlichen Weg und mit euch zumindest so in Kontakt zu sein. Ja, ich muss mal überlegen, ob das wirklich so gesehen ist. 2022, Anfang 2022 sind ganz viele Sachen gekommen. Aber das ist ja noch mit dem Namen genannt worden. Also da muss man sagen, was HörerInneschaft vom Feelgood-Podcast heissen, Mutzis. Das ist noch zu deren Zeit gewesen. Dann im Jahr 2023, als man dann schon wieder etwas besser unterwegs war mit Live-Shows etc., hast du noch immer viele Rückmeldungen bekommen, weil die Fans einfach nur dankbar waren, Teil dieser Community zu sein. In diesem Jahr scheint es wohl wieder etwas normal geworden zu sein, dass man zwischen September bis März immer was besuchen kann und entsprechend auch nach den Shows mit den Künstlern direkt in Kontakt treten kann und ein paar Worte wechseln kann. Man würde wohl denken, dass diese Euphorie und dieses Bedürfnis von Nachholen bereits durch ist. Das Gegenteil ist der Fall. Man ist immer noch aktiv und versucht so viele Dinge wie möglich zu erleben, weil man nichts verpassen möchte. Klammere, weil man eher bereut, was man nicht gemacht hat, als das, was man dann tatsächlich gemacht hat. Das stimmt. Und so sind alle Leute wieder fleißig am dieses und jenes machen in der Freizeit. So kommen dann solche Mails zu kurz, weil man nicht passiv ist und so immer unterwegs ist. Also wenn das wirklich so stimmt, dann bin ich der happiest Dude, dass ich keine Mails kriege. Wenn Leute beschäftigt sind und Freude daran haben, beschäftigt sie, dann muss man denen nicht noch mehr aufbürden. Absolut. Aber das ist nur meine Theorie, weil ich es selbst so erlebe und man meistens von sich auf andere schliesst. Klammere, was man aber eigentlich nicht als Referenz nehmen sollte. Sehr, sehr weise. Wieso macht man das eigentlich immer? Also ich mache das immer. Immer wenn ich einen Schluck nehme, mache ich schnell M, um zu zeigen, ich rede dann im Fall noch. Wie dumm, bei einem Solo-Podcast. Ich werde auch nachher noch reden. Ich nehme jetzt einen Schluck ohne M. Achtung. Das ist fast ein Zwang. Ich habe es jetzt sehr, sehr fest unterdrücken müssen. Okay. Wobei ich in letzter Zeit immer mehr feststelle, dass ich aus meiner Generation immer mehr zum Boomer werde. Okay, jetzt kommt ich glaube ich ein bisschen ein neuer Teil. Das ist geil. Das ist schon fast ein Stand-Up-Bit, Isabel. Zuerst machst du ein bisschen Arnstein-Teil und danach hat einen ganz kleinen Übergang und jetzt dann kommt es. Jetzt kommen die Jokes. Achtung. Wo es für viele schon selbstverständlich ist, dass man seine sämtlichen Bank- und Kreditkarten auf dem Handy Ausrufezeichen hat, ist mir das immer noch zu suspekt. Okay. Ja, alles klar. Das ist sehr boomerig. Also, ich nehme alles zurück, dass ich ein Boomer bin. Das ist Isabel, das ist Next Level. Ich habe noch immer, klammere nur, Plastikkarten, die ich in meinem Portemonnaie mitführe, neben dem Bargeld. Yes. Yes. Oh mein Gott. Das kannst du wirklich so. Das tut irgendwie so nach öppen, wo es sehr, sehr alt ist in meiner Familie. Was auch immer mehr ausstirbt und teilweise bei Geschäften gar nicht mehr akzeptiert wird. Wie kann plötzlich gar Bargeld nicht mehr akzeptiert werden? Ich finde das völlig absurd. Aber das gehört wohl zum Prozess von der papierlosen Wirtschaft dazu. Sorry für die Vorstellung. Ich finde es lustig. Gott. So früher noch. Man hat immer so alte Dudes gekannt. Also, ich weiss nicht, ob alle. Ich schließe jetzt auch von mir auf andere. Aber es hat immer irgendjemand gegeben, wo einfach so, da haben sie einfach so eine Bündel, einfach so irgendwie aus dem Hosen-Sack haben sie einfach so eine Bündel Bargeld genommen. Und es ist meistens ein fettes Bündel gesehen. Und dann ist es wirklich oft so, vielleicht sogar zusammengeguckt. Das sind die absoluten Pros gesehen. Und, ja, ich weiss nicht, Bargeld gibt es wirklich nicht mehr viel. Ich finde es nicht so schlimm. Also, ich habe schon das Zeug so auf dem Handy. Es ist im Fall nicht so schlimm, Isabel. Man kann es wirklich machen. Und es ist recht praktisch. Auf der Uhr habe ich es nicht. Also, ich habe keine Smartwatch. Das finde ich zu stressig, weil ich will nicht, dass es bei mir noch die ganze Zeit am Handklang vibriert und bimmelt. Ich möchte schon so nicht die ganze Zeit gestört werden. So, vor ein paar Wochen wollte ich ein neues Album einer Band kaufen. Auf CD! Okay, jetzt bist du Next Level. Next Level Boomer, Isabel. Auf CD, wie ich das kenne, das gab es auch nicht mehr. Es gibt, es gibt es nur noch auf Spotify, Apple Play und auf Vinyl. Auf Anfrage beim Künstler sei die Anfrage nach CDs nicht mehr so gross, weshalb es sich nicht mehr lohnt, CDs zu produzieren. Yeah, aber Vinyl! Voll geil! Jetzt kann ich dir gerade eine halbe Stunde erzählen, wie toll ich eine Platte finde. Es sind übrigens zwei. Es sind sogar zwei Platten. Es ist ein Cover, natürlich, aber es ist ein langes Konzert. Oh, jetzt kriege ich es in der Mine. Es sind zwei Platten und sie sind sogar Clear Vinyl. Das habe ich noch gern. Nicht schwarz, sondern so durchsichtig. Aber jetzt kriege ich gerade das Dings in der Mine. Muss es nachher machen. Ich bin kein Fan von Spotify in solchen Plattformen, wo man die Musik im Abo mieten muss. Ich will doch einfach die Musik kaufen. CD oder elektronisch, die gehört an mir und ich kann sie hören, in welcher Reihe, Folge auch immer ich will, wo und wann auch immer ich will. Da bin ich absolut deiner Meinung. Und da gibt es wirklich gute Möglichkeiten. Wie eben zum Beispiel Vinyl. Dann hat man sie gekauft und im Abo hören kann man trotzdem noch. Ich habe eine Zeit lang sogar noch effektiv auf iTunes Songs gekauft. Das habe ich auch noch gemacht. Das Problem ist, sie machen es einem eher schwer, weil sie natürlich wollen, dass du das Abo machst. Sie machen es einem eher schwer, dass wir dann immer auf die Musik zugreifen. Und dort muss man leider ein bisschen mit der Zeit gehen. Das sage ich jetzt auch als ein bisschen boomeriger Nostalgiker, was das bei anbelangt. Aber glaub mal, das CD willst du nicht. CD, hör das, Isabelle. Hör auf mit CDs. Ich habe früher auch den portable CD-Player mit Antischock dabei gehabt und alle meine CDs so verspindeln, weil ich gefunden habe, ich will ja alle meine Musik, die ich hören will, weil ich immer dabei habe. Es ist mühsam. Die Qualität ist nicht so gut. Die CD-Qualität ist mies. Ja, mittlerweile hast du bei denen Streaming. Ich empfehle, Achtung, es tut mir leid, ich finde Spotify recht, recht medium. Ich empfehle Apple Music. Wieso? Apple Music hat Lossless. Was heisst Lossless? Das heisst, sie haben die Musik so, dass sie nicht komprimiert ist. Das geht natürlich nur, wenn man die richtigen Kopfhörer hat. Was mit Bluetooth-Kopfhörern nur mit ganz, ganz spezifischen geht. Das wäre ein Podcast an sich. Da habe ich sehr lange damit auseinandergesetzt. Aber wenn man dann eben zum Beispiel, wenn du sonst die CD hören würdest auf irgendeiner Anlage, kannst du natürlich auch die Handy verbinden mit dem richtigen Kabel. Lossless klingt das dann sensationell. Sensationell. Und darum würde ich unbedingt Apple Music empfehlen und nicht Spotify. Aber ja, ich glaube, ich wollte noch einen anderen Punkt machen, aber ist egal. Ja, also man kann die Musik auch sonst kaufen auf iTunes, aber ich finde die ideale Version, man kann ein Album kaufen und manchmal gibt es bei der Vinyl, Achtung, sogar einen Digital Download Link. Das ist die persönliche Link, wo du dann hast, dass du digital die Musik auch hast. Das heisst, du musst sie nicht streamen, sondern du hast sie wie doppelt gekauft. Du hast sie als Platte gekauft und mit dem Link hast du noch MP3.de. Oder zum Teil sogar Flag. Ja, was ist Flag? Flag ist auch Lossless. Okay. Wenn ich mal pleite wäre, dann bliebe mir immer noch die schöne Musik, die ich gekauft habe. Wenn ich Spotify monatlich zahle und es mir nicht mehr leisten kann, habe ich viel Geld für diesen Service ausgegeben und habe am Schluss nichts mehr davon, weil ich es nicht mehr nutzen kann. Das ist alles absolut richtig. Drum, Vinyl, Digital Link. Achtung. Nun warte ich mal ab, ob das mit den Vinyl Zukunft hat. Ja, hat es. Weil es ist schon viel zu lange da. Es ist irgendwann nicht mehr so im Trend gewesen. Da hat es nur noch zwei Buden gegeben, die überhaupt Vinyl gedruckt haben. Aber die Musikindustrie hat gemerkt, das kriegen wir nicht weg. Also, gehen wir lieber damit. Werden wir dann wohl oder übel einen Plattenspieler kaufen müssen, damit ich weiterhin meine Musik so hören kann, wie ich mir das gewöhnt bin. Ja, vergiss CDs. Es tut mir leid, Isabel, schmeiss CDs weg. Ich habe 400 irgendeine CDs gehabt. Vergiss es. Das bringt nichts mehr. Wobei dann das nächste Problem auftaucht. Wo stelle ich denn hin? Muss ich dann ein Plattenspieler Möbel kaufen? Fragen über Fragen. Ja, das kann ich doch nicht beantworten. Da komme ich mir immer älter vor, wenn die Wirtschaft immer Neues erfindet oder Dinge weglässt, was ich nicht mehr mitmachen will. Gibt es seit Corona immer mehr Veränderungen als sonst oder bin ich einfach alt geworden und mag nicht mehr jede Veränderung mitmachen? Diese Frage richte ich nicht nur an dich, Joel, sondern auch an alle Muzzis. Geht es euch ähnlich wie mir oder stehe ich mit dieser Meinung alleine da? Bin gespannt auf die Reaktion vom harten Kern der Muzzis. Herzlichen Grüße, Isabelle. Also, ich glaube, das ist ja zum ganz kleinen Sinn dazugeben, weil das meiste habe ich ja schon gemacht. Schmeiss das weg. Vergiss es. Es gibt natürlich schon so Punkte, wo ich merke, man ist vielleicht nicht mehr ganz so flexibel wie auch schon und das ist, glaube ich, auch der Lauf der Zeit und das muss, glaube ich, auch so sein. Es dürfen Sachen geben, wo ich nicht mehr draus komme, wo ich nicht mehr dabei bin. Ich habe es lustig gefunden, ich bin auch der Meinung, dass es sich auch dort trotzdem wiederholt. und zwar habe ich bei dem einen Open Mic, wo ich auf der RTB, habe ich feststellen, da bin ich jetzt sicher ein von den Ältesten, ja, und dann habe ich natürlich gesehen, was was bringen die Jungen, ja, was bringen die Jungen, was bringen Leute, die so knapp halb so alt sind wie ich, einerseits an Jokes und andererseits an an Material und dann habe ich gedacht, das ist der Lauf der Zeit, weil ich hatte wahrscheinlich zu der Zeit genau die gleichen Jokes gemacht und die gleichen Themen bedient. Sehr viel, sehr viel Fäkal, sehr viel Sexuelles und es ist lustig, weil es junge Leute gewesen sind, hat es mich null gestört. Jetzt habe ich also gefunden, yes, mach nur, bring nochmal einen Scheisswitz. also nicht ein Scheisswitz im Sinne von Scheisse, sondern ein Witz über Scheisse. Hau nochmal einen raus. Und ein Witz. Und so weiter. Also wirklich, irgendwie, irgendwie habe ich so gefunden, ja, weil das ist, das ist die Form von, die Form von, nicht einmal Rebellion, sondern einfach so, die Form von, sich selber entdecken, sich selber finden, in irgendeiner Art und Weise ausgedrucken. Jetzt habe ich gerade einen Reminder gekriegt, dass ich noch so einen Solo-Pod aufnehme. Ich bin ja dran. Und, ja, jede Veränderung muss man auch nicht mitmachen. Aber eben, es gibt auch Sachen, die sich immer wiederholen. Also, das ist meine persönliche Meinung. Aber, glaubt man es, CDs, lass sie gehen. Let it go, let it go. Danke vielmals, Isabel, für die Nachricht. Vielen, vielen Dank. Und, da haben wir noch, letzte Nachricht, Achtung, betraf, hallo Joel, du bist das Letzte, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe das Gefühl, das Satz ist noch nicht fertig. Punkt, 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 jetzt der E-Mail. Mal im Solo-Podcast darüber erstaunt gewesen, wie wenige Mails in diesem Mail-Postfach reinkommen. Da dachte ich mir, ich schreibe doch mal wieder. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ich höre deinen Pod seit Nummer 45 mit Dodo, Klammere, ja, der Dodo, hinterjahren Delay Voice, sehr gut, also seit bald vier Jahren. Vielen Dank für die vielen Stunden mit guten Gesprächen mit deinen GästInnen, wird das auch, die mich hin und wieder über Dinge nachdenken ließen, mir ein Schmunzeln ins Gesicht zauberten und mich oftmals herzhaft zum Lachen brachten. Sehr, sehr schön. Dass der Podcast mit Aufwand verbunden ist, der sich nicht wirklich auszahlt, hast du ja schon erwähnt und doch glaube ich, dass er eine wunderbare Plattform ist, um Werbung für dich und deine Gäste zu machen. Wer weiss, wie viele ZuhörerInnen so auf Comedians und Ends, die bei dir zu Gast waren, aufmerksam geworden sind und deshalb ein Ticket für eine Show gekauft haben. Gerade bei Newcomen oder jenen, die nun solo unterwegs sind, wie Rina, Philipp, Jose und Matteo und natürlich für eine deiner Shows. Das ist hoffnig, das ist natürlich hoffnig, dass die Leute auch Leute kriegen, dass die auch Publikum kriegen, wenn man vielleicht noch nicht so viel von ihnen gesehen oder gehört hat, man aber merkt, die sind lustig, dann sollen wir die auch schauen. Unbedingt. Ich habe Zero im Bernhard Theater gesehen und ich fand es toll, dass viele deiner Kolleginnen und Gäste im Publikum waren. Zum Beispiel der Dodo. Ja, ja, der Dodo. Und dich so supporten und zeigen, dass sie deine Arbeit schätzen. Also, ich muss dazu sagen, die zahlen natürlich kein Geld. Die kommen einfach so. Die sagen, ich kriege Ticket. Und auch dein Supportakt, Benjamin, fand ich super lustig und verfolge ihn seitdem. Auch wenn ich es jeweils gut fand, wenn dein Podcast in alle möglichen Gesprächsrichtungen abschweifte, finde ich das Konzept mit den Feelgood Super, da es den Gesprächen einen schönen Rahmen gibt. Ich freue mich auf viele weitere Folgen, ob solo oder mit Gästen. Liebe Grüße, Michi. Ah, der Michi. Der Michi, das ist zum Beispiel einer, habe ich erst gerade gesehen an einer Show. Alles Liebe, Michi, vielen, vielen Dank. PS hat es noch. Lade doch mal deinen Vater ein. Der hätte sicherlich noch ein paar gute Geschichten über dich zu erzählen. Das ist so, das ist so einer, der spare ich mir auf. Das ist logischerweise auch schon ein Gedanke gesehen. und er wird sicher mal kommen. Also, sofern er denn will, man weiss es nie. Aber es ist auf jeden Fall geplant. Und sorry, wegen dem Betreff, überhaupt kein Ding, Michi, Hau rein. Danke vielmals, danke, danke für die Natti Message. Das ist sehr lieb an vor allen drei, muss ich so sagen. Vor allen drei, sehr lieb, dass ihr geschrieben habt. Und an alle drei, ein grosses, grosses Dankeschön. Ich schätze sehr, ich werde den Account jetzt nicht zumachen. Nur wegen dem. Ich habe es entschieden, jetzt mache ich es doch nicht zum. So. Kann mir dann immer noch. Ich hätte sonst noch Comments gegeben oder Bemerkungen auf den anderen Kanal. Gehen wir schnell schauen. Und sonst ist die Folge ja schon genug lang gegangen, weil ich da eben so baumrig über irgendeine Platte geredet habe. Und gerade gemerkt habe, Platte, lustigerweise, nicht so baumrig wie die CD. Wer hat das gedacht, dass das jemals passiert? Dass etwas, was älter ist, weniger baumrig ist. Comments, Comments. Nein, komm. Ich suche da irgendwelche einzelnen Kommentare und was weiss ich. Das bringt doch alles nichts. Falls ich noch wirklich etwas Spannendes finde, was ich finde, da muss ich jetzt auch noch etwas dazu sagen. Dann gibt es das in der nächsten Folge. Und falls ihr in der Zwischenzeit noch irgendetwas sonst zu bemerken habt, könnt ihr euch natürlich sehr gerne melden. Ich habe gesagt, wie, ich habe, gesagt, wie, ich habe wie gesagt, jetzt ein bisschen Pause, die nächste grosse Show ist Arosa. Solo in Arosa. Ein Traum wird wahr, nach zwölf Jahren, und zwar fast auf den Tag genau, nachdem ich es allererstes Mal Stand-up gemacht habe, spiele ich zum allerersten Mal Solo in Arosa am 8. Dezember. Support nehme ich sogar auch mit, der Matteo. Wieso, fragt mich nicht, aber es ist halt so. und danach 9. und 10. noch im Zelt Best-of Arosa Humor Festival. Das erste Mal Solo und sie haben schon behauptet, ich bin Best-of. Also das freut mich wirklich, wirklich sehr. 11. Dezember dann noch in Luzern mit Fabio Landert seine Crowdwork-Show einfach mal machen. Und das ist dann eigentlich auch schon alles für dieses Jahr. Nächstes Jahr noch ein paar Solo-Termine, falls ihr wollt schauen, kommen vorbei. Und jetzt wünsche ich allen Menschen ein ganz, ganz schönes Weekend. Oder wenn auch immer ihr das hört, eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Peace.